Hey Freunde, willkommen zurück zu Splatoon 2. Wie steht es jetzt fest, Perla und Marina? Hey, da sind wir wieder! Zeit für das Neuste aus dem Popolis direkt vor dem Popolisplatz. Vor dem Marie-Neuigkeiten hat Marina noch etwas für uns. Wie, was? Irgendwann habe ich nur eine leichte Panik. Na, die Hintergebnisse von Splatoon 3 sind noch da. Sind sie? Achso, ja, also die Hintergebnisse von Splatoon 3 sind da. So, dann schauen wir zuerst mal, welches Kind am wichtigsten war. Finden wir es auch aus. Bam, 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 da- convene- natadadadam. Bam! Uhuh. Ich freue mich so! Ok ok, sei zu gut. Gut, kommen wir zu unserem wichtigsten. Die Abilität ist nicht alles. Sehen wir uns die Beiträge aus dem Standard-Profi-Movie an. Genau. Was? Was? Im Ernst jetzt? Wow. Also dann, es ist soweit. Hier kommt die Endergebnis. Sicher das Blattfest ist? Ja! Yes! Hahaha! Das war die Sekunde, nachdem ich auch am Sieg werden musste. Sowas doof ist. Ein Sieg für die Spaßbremsenbrigade. Da hat wohl jemand den sauren Apfel sofort verpustet. Pfff! Apfel sauren Apfel sofort verpustet. Pfff! Apfel sauren Apfel sofort verpustet. Ich hab ja neulich ein Food-Foot-Truck von Schrimsen gesehen. Wenn du nach Hause fahren würdest, das wär's. Weiter geht's mit den Arenen für den Hangkopf. Die Beute ist neu, oder? Ja, man muss Eindruck schinden, wenn man ein Talent anlocken kann. Es werden doch die Arenen für den Hangkopf. Auff! Pff! Hey Perla! Welchen Film von Flo-So magst du am liebsten? Flo-So die verlorene Konzesse! Der Balance! Das muss immer... Da muss ich immer weinen. So, das war's noch wieder. Und denk daran, ihr seid cool, wir sind Tentacou. Jawoll, meine Freunde, endlich wieder ein Sieg! Ein Sieg, ein Sieg, ein Sieg! Yippie! Oh, ich freu mich so doll! Nehmt euch nichts ernst, auch Sascha und andere weitere, ihr habt auch gut mitgemacht. Also, wir sehen uns dann auch mal bald wieder in Splatoon 2 online. Oh, ich will jetzt feiern!